Hello, people! So, willkommen zurück zu Let's Play! Diesen wunderbaren Vanilla-Hack. Ja. So, dann werden wir mal starten mit einem Level, das so Athletic-mäßig aussieht. Oh Gott. Kann man da irgendwie hoch, anscheinend nicht. Wollte gucken, ob sich da vielleicht ein gewisses Objekt befindet. Etwas, was uns helfen könnte. Ups. Jetzt geht's ab nach oben hier. Oh Gott, so will der erst wahrscheinlich von mir haben. Ja, von umgekehrt wird's irgendwie weniger Sinn machen. Oh Gott. Hilfe. Zack, rüber da und yes. Okay, teilweise könnte man vielleicht sagen, dass diese Plattformen schon etwas mies gesetzt sind, aber egal. Okay, und leider war das jetzt der Verlust der Feder, weil ich da irgendwie abgerutscht bin. Da hab ich irgendwie Glück, dass das nicht der Tod war, würde ich sagen. Wow, shit. Nein. Ach man, 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 man. Zack, zack. Okay, jetzt kommt das Eisland Nummer 3. Und wo ist, wo verdammt nochmal ist der gelbe Switch? Den kann ich doch eigentlich nicht so verpasst haben, oder? Ich guck für... Mein Plan ist, wenn ich das Level geschafft habe, dann guck ich doch nochmal irgendwie, ob ich da nicht irgendwo doch ein Exit irgendwie verpasst hab. Weil mich wundert das, dass ich jetzt in mehreren Leveln schon solche gelbe Switch-Blöcke irgendwie nicht aktiviert hab, oder sowas. Entweder ist das ein Fehler des Herstellers, sowas kam durchaus öfter schon mal in Hex vor. Oder ich musste hier den gelben Switch irgendwie schon mal finden. Was ich aber irgendwie nicht getan habe. Zack. Ach man. Oh Gott, tut mir leid. Für das Niesen. So. Oh nein, da sollst du nicht rein, hier sollst du rein. Habe ich schon mal erwähnt, dass mich dieses Level jetzt anfängt zu nerven. Wenn ich erwähne, ist halt jetzt. Zack. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, Menno. Stopp. Yes, ich habe dich ermordet. Muhahaha. Muhahaha. Oh. Ach, Menno. Stopp und stopp. 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 Okay, hier bräuchte ich wohl einen Pilz, um da irgendwie runter zu kommen, aber ich habe leider keinen Pilz, den besitze ich nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Aha. Was soll ich tun? Das sind hübsche Blöcke, die ich auslösen kann. Okay, hier ist ein Pilz drin. Oh Gott, nein. Fuck. Und jetzt habe ich das Leben. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Pilz. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. wirklich nicht sein. Ich hatte bisher grün und rot. Und von anderen Schaltern keine Spur. Okay. Zack. Oh Gott. Hilfe. Nein. Okay. Warte, ich dachte schon, da ist wieder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay, und ich werde meinen Yoshi nicht für die Yoshi-Coin opfern. Das könnt ihr jetzt vergessen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Nein. Okay, vielleicht wäre gerade das doch die bessere Entscheidung gewesen. Scheiße. Hui. Diesmal leider kein Dingsbums-Jump. Mist. Hui. Und Hilfe. Stirb. Zack, zack. Okay. Wenn ich jetzt mal diese Röhre ignoriere und hier lang gehe, was passiert dann? Ja, dann stehe ich vor einer Blockwand. Und ja, das war es auch schon. Sonst gibt es da irgendwie nichts zu sehen, außer diesen wunderschönen blauen Blöcken, die da so symmetrisch angeordnet sind. Okay, Feuerblume. Was sage ich denn mit dir? Ja, hier haben wir schon wieder diese gelben Blöcke. Ich kann mich wirklich noch nicht erinnern, hier schon mal einen gelben Switch in diesem Level gesehen, in diesem Heck gesehen zu haben. Und irgendwie gibt es immer nur gelbe Blöcke, die roten und grünen Blöcke, die ich schon habe, irgendwie kaum. Das finde ich auch ein bisschen schräg. Irgendwann vermute ich, das kann nur irgendwie so ein Versehen oder kleiner Fehler des Erstellers gewesen sein. Denn ich wüsste jetzt kein Exit, das ich da irgendwo vergessen haben könnte. Zack. So. Okay, und jetzt geht es um das hübsche Würstlein. Um das hübsche Würstlein bezüglich Secret Exit, würde ich sagen. Okay, nur ich glaube, ich befürchte, ich brachte da irgendwie eine Feder. Gibt es hier irgendein Level, wo man schnell Federn kriegt? Hier gab es doch sicherlich irgendwo Feder hier oder hier oder so. Aber ich habe jetzt keine Lust, sämtliche Level auf Federn hin zu untersuchen. Ja, du hast eine Feder, schön. Gut, dann werden wir uns mal mit dieser wunderbaren Feder bewaffnet. Dann machen diesen Blockhaufen das zu erkunden, denn ansonsten, wobei, wollte gerade sagen, ich weiß ansonsten nicht, wo hier der Secret Exit sein könnte, aber mal gut. Ich werde erst mal... Ach, ja. Wenn das hier nicht gewesen wäre, wäre ich zum Blockhaufen geflogen. Zack und zack. Das ist ja lustig. Okay. Jetzt kommen die Iceland Secret Area. Das ist eine Art Top Secret Area, also immer noch kein gelber Switch. Wo ist der denn, bitteschön? Was soll der sein? Okay. Hier ist anscheinend auch nichts außer dieser Secret Area. Das heißt, wir bleiben immer noch ohne gelber Switch. wo auch immer der jetzt sein mag. Vielleicht sollte ich einfach mal in Luna Magic nachgucken. Zack. Oh Gott. Wow. Hilfe. Jetzt hoch mit dir und... Äh. Das war ja ein komischer Bug. Er hat sich da irgendwie so reingeglitscht. Zack. Ach, Mann. Zack und zack und... Komm her. ... Oh Gott. ... Hilfe, Hilfe, Hilfe Komm her und runter mit dir Das war ja irgendwie ein schräger Abschnitt Einerseits Brückenbohrner, andererseits ist das auch irgendwie alles chaotisch zugepflastert Hilfe Okay, jetzt irgendwie runter hier Und Yes Zack Ach, Menno, 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 Menno Oh Gott Zweiter Punkt Aua Zweiter Punkt Und geschafft, so Level beendet Mario hat seinen Weg durch die schlüpfrige Eiswelt gefunden, so Und jetzt Kommen die Grassland Hills Als fünfte Welt erst, die Grassland Hills, wow Das ist aber spät Hilfe Zack, oh Gott Shit Shit Das war sehr beschissen, fand ich Diese Aktion meinerseits Mann, und ich will Hier runter Zack Zack, zack Zack, zack Komm her Dritte Dritte Yashikon Haben wir jetzt schon Das Gefällt mir Komm her Komm her Komm her Runter mit dir hier Zack Äh, Leute Erreichen soll Erreichen soll Aber irgendwie Nicht tun will Man So, jetzt So Notgedrungen Musste ich leider Cheats anwenden, weil das Auf normalen Wege Nicht möglich war So Das heißt, ich werde Ich werde diesen Cheat jetzt sofort Wieder rausnehmen Und dann spielen wir Das jetzt Wieder legal Weiter Ja, und irgendwie Habe ich Dieses verdammte Ziel Immer noch in der Reserve drin Wie gesagt, ich werde das Aber nicht anwenden Was ich da oben Noch hab Wie gesagt Das war jetzt nur Um Notgedrungen Um dieses Eine Level Schaffen zu können Weil das Bugbedingt Nicht möglich war So, jetzt ist das Endlich weg Und er setzt Durch einen Pilz Und hä, hier Kann man nicht runter Das Finde ich mal Wieder überraschend Da oben geht's Weiter, okay Aber das sah Tatsächlich nach Einem Du kannst den Raum wechseln Aus Für mich Okay, und ich glaube Die Leute von SMW Central Würden An diesem Von diesem Level Nicht gerade begeistert Seien Wegen Big Mario Discrimination Und solchen Sachen Okay, und Bin ich hier Reingekommen Scheint so Okay Oder Muss ich da Tatsächlich Hier irgendwo Weiter Also durch Diesen Schmalen Spalt Das ist Insofern Gemein Weil man Sämtliche Powerups Opfern Müsste Wow Verschreit mich Nicht so Du dämiges Viech Na gut Hier unten Könnte man Auch lang Okay Dieses Level Ist ein bisschen Vertrackt Und leicht Labyrinthartig Merke ich schon Ach man Dämiger Drecksfisch Mann Hoffentlich Brauche ich das Nicht schon wieder Das Level auch noch Angefangen zu haben Diesen Part Hab keine Lust Dass das jetzt Sagen wollte Ich hatte Eigentlich an ein Hübsches Entspanntes Wasserlevel Gedacht Und was kriege ich So einen Labyrinthartigen Scheiß hier So Okay Jetzt habe ich noch nicht Meine Feder Mit der ich diese Unnötigen Viecher abknallen Könnte Vielleicht soll ich mich Tatsächlich Treffen lassen Und dann hier Durchgehen Nur hier aufpassen Weil hier diese Lebigen Viecher Hochkommen Okay Was ist denn hier Ah so Kommt man da hin So Wir waren einfach Hier nach unten Dingenst Okay Wenn das Viech Jetzt weg ist Dann Freut mich das Ungemein Hier können wir Nicht rein Nur du darfst Schön weiterschlafen Du Kollege Ah Pilz endlich Okay Und wo kommt der Auf einmal her Ich dachte ich hätte Den gar nicht geweckt Hä So Wenn du dich in der Ecke Verfängst Dann ist alles schön So wollen wir das Nämlich haben Dann nervst du Nämlich nicht Kollege Okay Und Haben wir jetzt Den Midwaypoint Oder irgendwie sowas Nö Schon das Ziel Also keine Ahnung Wo der Rest Die restlichen Yoshikreis sind So Nächstes Mal Macht man das Sunken Ghost Ship Das war's dann von mir Bis dann Tschüss